Die Selbsthilfe Burgenland hilft weiter. Ich bin die Lena von der BVZ und ich erzähle euch, was die Selbsthilfe Burgenland eigentlich macht. Die Selbsthilfe Burgenland ist eine Initiative des Burgenländischen Landesverbands der Selbsthilfegruppen und versteht sich selbst als Kontakt-, Service- und Vernetzungsstelle. Sie bezweckt die Förderung und Unterstützung aller im Burgenland tätigen Selbsthilfeorganisationen bzw. Selbsthilfegruppen und auch weitere soziale Vereinigungen. Die Selbsthilfe Burgenland informiert über die Arbeitsweise von Selbsthilfegruppen und gibt Auskunft über bereits bestehende Gruppen und deren Erreichbarkeit. Jetzt gibt es eine Diabetikoffensive der Selbsthilfe Burgenland und am 14. Oktober findet gemeinsam mit Fachleuten aus der Klinik Oberpullendorf eine Infofahrenstaltung statt. Die findet im Gemeindesaal in Steinberg-Dörfel statt. Beginn ist um 10 Uhr.